Und zwar das wichtigste Projekt, was im Moment im Hintergrund verfolgt wird, ist die Einführung von digitalem Zentralbankgeld und zwar weltweit. Weil unser Finanzsystem, was jetzt seit 1944 gegolten hat, das ist im Moment am Ende, das zerbricht jetzt im Moment. Die wissen genau, dass wir in der Endphase dieses Systems sind und die müssen mit dem neuen Geld irgendwann aufwarten und arbeiten unter Hochdruck im Hintergrund dran. Also es sind 131 Zentralbanken, die das Projekt vorantreiben. Diese Zentralbanken, deren Länder repräsentieren 96 oder 97 Prozent des Wirtschaftsaufkommens weltweit. Also das ist das allerwichtigste Projekt in der Welt. Und dieses Projekt wird natürlich gesteuert im Hintergrund von dem großen digital-finanziellen Komplex.